Setzen Sie ein, Negation, nicht, kein oder niemand. Er versteht das nicht. Er hat keine Lust. Sie arbeitet nicht. Sie ist nicht gekommen. Er geht nicht auf den Balkon. Sie isst kein Fleisch. Sie arbeitet nicht mehr im Café. Er hatte keine Chance. Sie vertraut keinem oder niemandem. Dativ mit Personen. Sie sah es nicht kommen. Nichts oder niemand ist wichtig. Nichts für Dinge, niemand für Personen. Er hat sie nicht geliebt. Hier kenne ich niemanden. Er tut ihr keinen Gefallen. Sie hat kein Auto. Es tut ihr nicht leid. Das nützt niemandem. Der Zug hielt nicht an. Sie vergaß es nicht. So geht das nicht. So geht das nicht. Er hat keine Arbeit. Ich schenke es ihr nicht. Sie hilft niemandem oder keinem. Sie trieb keinen Sport. Damit bin ich nicht zufrieden. Das schenke ich dir nicht. Ich kenne hier niemanden. Sie trinkt heute keinen Kaffee. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Setzen Sie ein. Alle, viele und der Plural. Alle Männer. Keine Lösungen. Die netten Leute. Die netten Leute. Einige Menschen. Viele Produkte. Beide Straßen. Manche Tage. Diese Probleme. Jene Infos. Solche Ideen. Solche Ideen. Die anderen Dinge. Keine Bäume. Seinen Fragen. Seinen Fragen. Diese Stücke. Meine Tassen. Meine Tassen. Solche Leute. Einige Details. Einige Details. Manche Sorgen. Jene Tüten. Beide Möglichkeiten. Beide Möglichkeiten. Beide Möglichkeiten. Die Gelegenheiten. Diese Übungen. Diese Übungen. Viele Lieder. Seine Flaschen. Diese Geräte. Seine Flaschen. Seine Flaschen. Ihre Blätter. Keine Bildschirme. Eure Jacken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Bye. ... ... Au revoir. Iz. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020